Sail away, I just wanna sail away from my place that we can't home. Ich will Schauspielerin Wimpf. Sail away, I just wanna sail away. Du kannst alles schaffen, was du willst. Ich habe einen Traum. Ich werde ein Star. Im zweiten Jahr lernst du Theatergeschichte, Shakespeare, Tanzen, Fechten, Steppen und Produktion. Ich glaube an mein Kindheitstraum. Ich glaube an mich. Die Schule bietet einen Sommerworkshop in Los Angeles an. Das kostet nur 4.500 Euro. Ich muss aus Berlin raus. Ich bewillige Ihnen Arbeitslutengeld 2 für die nächsten 6 Monate. Ich habe als medizinische Testperson gearbeitet. Du weißt, dass du deine Gesundheit aufs Spiel setzt für das bisschen Geld, oder? Herzlich willkommen zu Ixl. Und nochmal, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Aufnahme. In 29 Tagen haben wir alle 4.900 Euro. Geben Sie zu, was Sie getan haben. Wenn wir die anderen lassen, lass das eine Warnung sein. Ich mag keine Top-Modelle täuschen. Sie drehen sich jetzt einfach um. Machen Ihren Pofreund. Ich schiebe Ihnen das Zäpfchen rein.